So bleiben. Die ist auch gut. Oh, also ich muss ja sagen, ähm, die machen euch ne gute Chirur. Und jetzt? Sie nicht. Sie definitiv gerade nicht. Ist auch die Paris Hilton, aber scheiß. Man muss ne gute Körperbeherrschung haben. So ne, die hab ich nicht. Glaubt ihr eigentlich, dass das Sommerholz euch gut tut, so als Paar? Das ist halt die Beziehung, die lebt. Das ist halt einfach ne lebendige Beziehung. Wenn ich ihn Luste nenne und wenn ich ihn beleidige und so. Ich vertraue, äh. Ich vertraue darauf, dass wir gemeinsam mobben. Wie ist so durch, ey? Du hast mich nicht unterstützt. Ist das jetzt ne Freundschaft zwischen euch beiden oder tust du nur so benutzt? Bist du jetzt der Psychologe hier? Ey, schäm dich mal, Zahnarzt. Wirklich. Tut uns einen Gefallen, geht da hin, klärt das privat unter euch. So, guck mal, selbst ein Raffi rafft es. Please hold for a very important message. Hallo, liebe Schnuffelhasen und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin Zahnarzt, dein Lieblingsroaster mit Herz. Und ich heiße dich willkommen zu einer neuen Reaction auf das Sommerhaus der Stars. Ich freue mich. Ich hatte gerade, heute geht es ein bisschen um Haare. Haare und Kopf. Ähm, ich hatte, guck mal, meine Haare sind von lila. Ähm, ja, ich war heute in der Sauna nach dem Sport und danach waren meine Haare grün. Und dann habe ich alles Mögliche, was ich an lila Shampoos so habe, benutzt. Und jetzt, äh, könnt ihr sehen, lila. Erstmal war ich Emma. Emmas Health hatte hier ja auch sehr, sehr grünstichige Haare, was ja nicht schlimm ist, aber ich habe das festgestellt. Und Tessa, finde ich, hat, äh, so lila auf jeden Fall. Und ich habe, ich bin das Team Tessa. Ähm, es gibt Neuigkeiten bei mir, was meine Haare angeht. Und zwar habe ich dieses Bild hier geschickt bekommen. Und ich muss sagen, ich muss es jetzt einmal wagen. Vor allem, weil ich etwas ganz, ganz krass durchbrechen möchte. Ähm, ich möchte gerne lange Haare haben. Ich möchte gerne gucken, wie mir das steht. Ich möchte es einfach mal ausprobieren, ja. Und, ähm, damit einher geht ein großer Komplex, der mir in der, ja, Schulzeit hinzugefügt wurde. Und zwar wurde ich da ja immer Lollikopf genannt. So. Und, ähm, mit der größte Schmerz in meinem Leben entstand, wenn ich meinen Kopf mit dem Kopf von anderen verglichen habe. Das ist so absurd eigentlich. Also, auch wenn ich es ausspreche, aber der tiefste Schmerz in meiner Seele entstand in meinem Leben, in dem Zusammenhang, dass mein Kopf so groß ist. Ich bin so oft durch die Weltgeschichte gewatschelt und habe mich einfach falsch und hässlich gefühlt und außerirdisch, weil mein Kopf so groß ist. Also, ich wurde deswegen so gemobbt und einige sagen dann von meinen Freunden, hä, ich finde, du hast gar nicht so einen großen Kopf. Leute, ich habe einen großen Kopf. Und darum geht es jetzt aber nicht. Ich werde jetzt auch über etwas mit euch sprechen, ähm, was ich so, glaube ich, niemals getan hätte. Was, ja, einfach jetzt aber, ich will es lösen. Ich möchte es lösen, weil ich möchte eines Tages nicht von dieser Erde gehen. Und dieses Thema ist immer noch schmerzhaft für mich. Ich will das einfach lösen. Und zwar, guck dich das einfach mal an. Ich habe mir Caps bestellt. Guck mal, guck mal bitte. Oh, Leute, ich glaube nicht, dass ich das mache. Da drin ist sowas. Das nennt sich ein, äh, Head Spank, glaube ich. Ähm, ich meine es wirklich ernst. Ich hätte so etwas niemals mit irgendjemandem geteilt. Ich liebe es, wo ich mittlerweile bin in meinem Leben. Diese Caps sind in Größe Large, x Large, okay? Das ist, es gibt nicht viele Caps, die diese Größe haben. Und die passen auf meinen Kopf, aber ich merke so richtig, ich kriege Kopfschmerzen, weil die haben auch einen Gummizug und das tut weh. Okay, das, also, nach so einer halben Stunde, eine Stunde, damit fühle ich mich nicht wohl. Ich möchte, dass die Cap locker sitzt. Und deswegen habe ich gegoogelt, was man machen kann. Es gibt sogenannte Spanks, die drehst du hier halt so auf, so. Und dann tust du die einmal so auf Spannung. Und dann wird deine Cap geweitet. Weil vor allem auch diese Dinger, also hier von dem Harten, die tun dann immer hier und hier weh. Ich habe nun mal einfach, ich lasse das jetzt einfach mal hier so liegen, so, so symbolisch, okay? Okay, ich habe einen größeren Kopf und das ist vollkommen in Ordnung. So, und dieses, ich brauche gar nicht zu hören, nee, du hast aber gar keinen großen Kopf, weil ich habe einen großen Kopf und das ist in Ordnung. Ich will einfach, dass es in Ordnung ist. Und ich will jetzt mittlerweile einfach das für mich lösen. Also darüber jetzt zu reden, euch das zu zeigen, dass ich so etwas nötig habe, hätte ich niemals in meinem Leben gemacht. Und damit einher geht auch das Wachstum meiner Haare, weil ich denke, ich traue mich nicht, meine Haare lang wachsen zu lassen, weil ich glaube, wenn meine Haare lang sind, sieht mein Kopf groß aus. So, und das möchte ich auch überwinden. Es ist Zeit, Dinge zu überwinden. Ich habe schon viel überwunden. Ich konnte mir schon viel weiterhelfen. Ihr habt mir dabei geholfen, meine Therapeutin hat mir dabei geholfen, meine Bücher haben mir dabei geholfen. Aber jetzt darf es gerne noch einen Step weitergehen. Ich habe mich vor zwei, drei Monaten, nee, im Sommer, drei Monate müsste das gewesen sein, her gewesen sein, habe ich mich mit einem Kumpel getroffen. Wir sehen uns nicht so oft, aber wenn wir uns sehen, ist es immer schön. Ich finde ihn wunderschön. Und dann hat er mir erzählt, dass, ich weiß gar nicht, wie das entstanden ist, ob ich mich zuerst geöffnet habe oder ob er es zuerst gesagt hat. Er mag sich nicht oberkörperfrei, weil er findet, sein Kopf sieht zu groß aus für seinen Körper. Schreibt mal bitte in die Kommentare, falls ihr selber diesen Komplex habt oder ob ihr jemanden kennt, der den auch hat. Verlinkt ihn bitte oder was weiß ich. Schreibt mir einfach, dass ihr jemanden kennt. Weil ich dachte bislang immer, ich sei der Einzige auf diesem Universum, in diesem Universum, auf diesem Universum, in diesem Universum, der so denken würde. Aber nein, ich glaube, auch damit bin ich nicht alleine. Und ich möchte das gerne lösen, weil mein Kopf funktioniert, der vollbringt Wunder. Und ich will den ehren und schätzen und den liebhaben, so wie er ist. Und ich will auch auf nichts verzichten. Ich will auf keine langen Haare verzichten, ich will auf keine Cap verzichten. Und ich möchte ihm aber auch nicht wehtun, indem mir die Caps zu eng sind. So, deswegen, that's my topic today. Ich würde mich sehr, sehr freuen über einen Austausch mit euch zu diesem Thema, wie das bei euch ist, ob ihr da auch irgendwas habt. So, dann habe ich heute auch noch einen Kommentar gelesen, den möchte ich gerne mit euch teilen. Und zwar habe ich den bekommen von Tass Nelda. Tass Nelda, vielen Dank für deine offenen Worte. Ihr wisst ja, dass ich mich in den letzten Tagen, oder ich hole euch mal ins Boot, falls ihr nicht jeden Tag eingeschaltet habt. Ich hatte mich darüber geärgert, dass meine neue Krankenkasse meine Psychotherapie nicht übernehmen möchte. Dann habe ich mich darüber geärgert, dass bei der Evakuierung, die zu dem Zeitpunkt noch keine final war, mich der Polizist meine Hunde hat nicht holen lassen und ich hatte mich darüber geärgert, dass ich als serbischer Staatsbürger über zwei Monate brauche, um, oder nein, vielmehr so, dass ich als serbischer Staatsbürger, der in Deutschland lebt mit einem unbefristeten Aufenthaltstitel und einer Arbeitserlaubnis und einer Niederlassungserlaubnis, dass ich keine Lösung präsentiert bekomme, die mir nach einem Diebstahl, meine Aufenthaltserlaubnis, ermöglicht, dass ich zwei Monate nach dem Diebstahl in den Urlaub fliege, weil der Urlaub nach Thailand ist schon bezahlt und es gibt vielleicht keine Möglichkeit für mich, nach Thailand zu fliegen und darüber habe ich mich ausgelassen. Ich habe zu keinem Zeitpunkt irgendjemanden dieser beteiligten Personen beleidigt oder so, aber ich habe die Missstände quasi oder die Situation mit euch besprochen, so wie ich das auch mit Freunden besprechen würde. So, und jetzt gab es hier einen Kommentar und ich möchte gerne auf den eingehen. Lieber Sunny, im Moment muss ich sagen, dass mich dein Vorgeplänkel sehr irritiert. Mir ist jetzt schon mehrfach aufgefallen, dass du dich über Leute aufregst, die ihren Job machen, über Abläufe auf Ämtern und, und, und. Es sind in diesen Fällen immer die anderen schuld. Also, was heißt schuld? Ich sage ja nicht, die anderen sind schuld, sondern das ist mir so widerfahren. Also, beispielsweise, ich kann wahrscheinlich nicht nach Thailand, hat mir die Dame gesagt. Ich habe nie schlecht über die Dame geredet, aber sie hat mir das so gesagt. Und ich frage mich, warum ist das so? Der Polizist lässt mich zu meinen Hunden nicht, obwohl ich ihm gesagt habe, seit sieben Stunden sind die zu Hause. Ich muss die unbedingt da rausholen. Ich kann nicht weitere zehn Stunden die alleine lassen. Ja, er hat mich ja nicht durchgelassen. So, und bei der Technikerkrankenkasse habe ich mit hinzugefügt, dass ich zwei Briefe, die ich bekommen habe, in denen ich um die Einreichung von Unterlagen gebeten wurde, nicht beantwortet habe. Okay, also, es sind in diesen Fällen immer die anderen schuld. Der Polizist, der seine Anweisung, niemanden durchzulassen, befolgt. Und ja, ich verstehe, wie emotional das ist, wenn man seine Tiere zu Hause weiß. Okay, da gehe ich gerne als erstes drauf ein. Nein, das Ding daran ist, ja, der befolgt seine Anweisung. Und was ich damit meine, ist einfach nur, dass du kannst deine Anweisung befolgen und du kannst deine Anweisung befolgen und dabei trotzdem noch menschlich bleiben. Das Stadtgebiet war noch nicht evakuiert. Innen drin saßen die Leute noch bei den Gastronomen. So, und die sind vernetzt und die wissen Bescheid oder man hätte einmal kurz fragen können oder mich einfach durchlassen können. Ich plädiere einfach nur auf emotionale Intelligenz und auf menschlich sein. Das ist alles. So, und ich habe ja wunderbar meine Hunde noch rausholen können. Und als ich drin war, also er hat mich ja nicht durchgelassen, aber ich habe es anderweitig probiert und geschafft. Innen drin im Stadtteil, es war jetzt nicht so, dass hier kein Mensch war. Deswegen verstehe ich nicht, warum man an der Stelle nicht so menschlich ist und den Mann, der freundlich danach fragt, einmal, oder die Frau, die neben mir auch stand, zu ihren Tieren lässt, dass die einmal rausgeholt werden. Warum sollen diese Tiere eventuell verrecken, weil sie alt sind und weil sie so lange nicht alleine bleiben können, nur weil er da jetzt meint, er müsste zu 100% das befolgen. Hätte eh keiner nachhalten können, ob er mich da jetzt durchgelassen hat. Weißt du, was ich meine? Das meine ich einfach damit. Die Dame am Amt, die nichts dafür kann, dass du sechs Wochen länger auf deine Papiere warten musst. Du willst alle Vorteile, aber doch kein Deutscher sein auf dem Papier. So, die Dame kann auch nichts dafür. Ich habe mich auch zu keinem Zeitpunkt über diese Dame aufgeregt. Gar nicht. Ich gucke dir das Vorgeplänkel gerne an. Ich habe einfach nur gesagt, wiedergegeben, was sie mir gesagt hat. Und mir geht es nicht um mich. Also, es wird an meinem Beispiel klar. Und ich kann, weil viele sagen, hol dir doch einfach die deutsche Staatsbürgerschaft. Ich kann mir die holen. Ist ja gar kein Problem. Also, ich erfülle alle Bedingungen. Aber mein Thema ist ja, warum werden diese Prozesse nicht optimiert? Warum ist es für andere, die nicht deutsche Staatsbürger sind, die vielleicht aber auch keine deutsche Staatsbürgerschaft bekommen können, warum wird es da nicht optimiert und leichter gemacht? Wir sind so fortschrittlich. Wir entwickeln uns immer weiter. Unternehmen steigern jedes Jahr ihre Gewinne. Es gibt bald überall Glasfaser. Es wird immer alles optimaler und optimaler. Warum wird hier nicht einfach eine schlanke Lösung gefunden? Darum geht es mir. Du hast dich aktiv gegen die deutsche Staatsbürgerschaft entschieden, was völlig in Ordnung ist, aber Steuern hin oder her, natürlich ist das komplizierter und aufwendiger, aber da kann sie doch nichts dafür. Nö, das hat ja auch keiner gesagt. Jetzt ist es die Krankenkasse, die natürlich die Therapie ablehnt, weil du die Kooperation verweigert hast. Sie haben dich aufgefordert, ihnen entsprechende Unterlagen zu schicken, was du nicht getan hast. Auch das war deine aktive Entscheidung. Jetzt empörst du dich über die und willst zum Anwalt rennen. Okay, also, inwiefern habe ich mich über die empört? Wie viel Ironie war in dieser Aussage mit dabei? Und ich meine, ich sage sogar noch, ja klar, ich, Dulli, habe diese Briefe ignoriert. So, und dann habe ich auf sehr ironische Art und Weise gesagt, dass ich das natürlich so nicht akzeptieren werde. Oder findest du, weil ich auf zwei Briefe nicht reagiert habe, habe ich jetzt aus Prinzip die Ablehnung, die finale Ablehnung verdient? Ich meine, wir haben Phasen in unserem Leben, und da rede ich auch nicht nur von mir, sondern auch von anderen Menschen. Wir haben Phasen in unserem Leben, Todesfälle, Krankheit, zu Hause, eigene Krankheit, so, die uns vielleicht daran hindern, zu funktionieren und auf Briefe zu antworten. Und dann am Ende, jeder von uns kennt das doch, oder? Wer von euch hatte schon mal einen Brief von meinem Kasselbüro? Okay, einige nicht, aber einige schon. Und trotzdem darf man doch dann, wenn die Ablehnung kommt, sagen, oh mein Gott, kacke, aber ey, wenn das durchgeht, dann kämpfe ich. So, also ich habe mich nicht wahrhaftig empört darüber, sondern es war wirklich viel, viel Ironie mit dabei. Sie haben dich aufgefordert, ihnen entsprechende Unterlagen zu schicken, blablabla. Auch das war deine aktive Entscheidung. Das ist jetzt schon die dritte Geschichte, wo ich mich echt frage, wo diese Arroganz herkommt, denn so wirkt es für mich. Niemand bekommt etwas geschenkt, auch du nicht. Also vielleicht versuchst du auch mal, alle diese Situationen aus einer anderen Perspektive zu betrachten und Lösungen zu finden. Das fehlt mir total aktuell und gibt mir ein ungutes Gefühl. Das tut mir total leid, dass dir das ein ungutes Gefühl gibt. Und ich finde es halt sehr, sehr spannend, dass du das mit Arroganz verbindest. Also es wäre mir nie in den Sinn gekommen, dass du das mit Arroganz empfindest. Und bei diesen Themen geht es mir nicht um mich. In diesem Fall erlebe ich es und dann wird es mit zum Thema, was ich mit euch besprechen möchte, weil ich dann natürlich darüber nachdenke. Aber mir geht es auch um die Dame, die neben mir stand, die auch zu orientieren wollte. Mir geht es vor allem auch um Menschen, die eben keine deutsche Staatsbürgerschaft bekommen können. Jetzt stellt euch mal vor, ich bin was, was ich, ja, ich bin serbischer Staatsbürger. Ich habe eine Hochzeit geplant in Serbien, die 40.000 Euro kostet. Anzahlung habe ich schon geleistet. Und jetzt habe ich leider das Pech, dass ich an der Ostsee beklaut werde und alles ist weg. Und ich muss diese ganze Hochzeit sausen lassen, weil es auf Biegen und Brechen keine Möglichkeit für mich gibt, ein Ersatzpapier zu bekommen. Und diesen Missstand, der in meinen Augen ein Missstand ist, spreche ich ja in diesem Moment einfach nur an. So, und warum bin ich dann arrogant? Verstehe ich nicht. Vor allem bin ich doch der Erste, der davon spricht, dass er dieses Thema, dass ich das Öffnen von Briefen nicht auf die Kette bekomme, dass ich das irgendwie optimieren möchte, dass ich mich frage, warum dem so ist. Weißt du? Also mich würde, ja, tatsächlich interessieren, wieso du das als arrogant empfindest. Ich könnte mir halt vorstellen, dass du vielleicht diese Dinge immer sehr sorgfältig bearbeitest und dass ich dich vielleicht trigger, weil ich so ein bisschen verloren zu sein scheine. Ich bin ja lost. Also wenn man das so sieht, ich bin lost, was Papierkram und so angeht. Ich kann hier jeden Tag ein Video drehen, ich kann Storys drehen, ich kann mich mitteilen, Dinge, die mir Spaß machen, kann ich machen, aber so Papierkram öffnen ist super schwierig. Ist jetzt besser geworden. Ich will auch noch weiter rausfinden, warum das so ist. Ob das einfach nur, keine Ahnung, Faulheit ist oder ob da vielleicht noch was anderes dahinter steckt. Also mir ist das bewusst. Ich finde aber trotzdem, darf ich, wenn dann so ein Brief kommt mit, hey, wahrscheinlich müssen sie jetzt mehrere tausend Euro bezahlen, weil wenn diese ganzen Stunden, die ich hatte, nicht übernommen werden seit Oktober, dann habe ich ein Problem. So, dann darf ich ja trotzdem sagen, okay, wow, Alarmstufe rot, fuck, diese Briefe hätte ich niemals ignorieren dürfen, jetzt kämpfe ich. Ey, und wenn ihr mir das ablehnt, dann, ich werde alles probieren. Ein simpler as that. Also, weiß nicht, konnte dir das jetzt ein bisschen weiterhelfen oder wie fühlst du dich jetzt damit? Ja, das war jetzt ein bisschen länger, liebe Leute. Ich bin auch sehr gespannt, was ihr dazu sagt, weil ich glaube halt auch, dass, ja, auch solche Situationen eintreffen können. Es ist so ein bisschen so, wenn ihr einmal was sagt, dann ist es in Ordnung. Wenn ihr zwei oder dreimal was sagt, dann wird, finde ich, manchmal schnell daraus gemacht, ach so, das ist ja immer nur bei dir so. Ja, aber es können auch mehrere Dinge doof laufen. Dass ich jetzt wahrscheinlich Thailand absagen muss, ist doof. Ja, dass ich fast zu meinen Hunden nicht gekommen wäre, bei so einer Evakuierung meines Stadtteils, war auch blöd. Ja, und dass jetzt die Krankenkasse droht, meine Therapiestunden nicht zu übernehmen, die ich alles schon hatte, ist auch blöd. Das ist alles blöd. Aber bin ich jetzt deswegen arrogant? Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Helft mir gerne weiter. So, dann, ja, würde ich sagen, gehen wir jetzt einfach über zu Sommerhaus der Stars. In Sommerhaus der Stars könnt ihr gucken auf RTL Plus in vorder Länge. Dafür braucht ihr ein RTL Plus Premium Abo und das bekommt ihr über mich vergünstigt. Und alles, was ihr dazu braucht, findet ihr unten in der Infobox. Dann, es gibt einen Rabattcode, der heißt Daniel, da bekommst du in den ersten zwei Monaten 50% Rabatt. Und danach ist das Ganze aber sehr lohnenswert, denn RTL Plus, die Mediathek, gibt dir einfach so viel Soaps, Dokumentation, Serien, Reality TV. Ich sage es euch, es lohnt sich. Es ist monatlich kündbar, aber ihr werdet es nicht kündigen. Und nun, würde ich sagen, legen wir los. Renn zurück, ran Mann! Meine Oberschenkel, halt die Fresse! Glaubt ihr eigentlich, dass das Sommerholz euch gut tut? Du bist seit vier Monaten mit deinem Misha zusammen, weil er davor nicht mal wusste, ob er dich haben will oder nicht. Ist es gerade dein Ernst? Von dir brauche ich keine Tipps. Danke, Süßes. Oh mein Gott, Leute, was ist das? Ich glaube, diese Folge wird richtig gut. Love it. Love it. Also erstmal Emma und Umut am Rande der Verzweiflung und dann der Fight zwischen Gloria und Emma. Was habt ihr euch gedacht? Nach den vier Stimmen? Die vier Stimmen? Ich finde es eigentlich nicht so schlimm, weil es ist nur ein Stimmungsbarometer. Ich sage dir ganz ehrlich. Ich kann das nicht. Ich finde das voll cute irgendwie. Also ja, es ist ein Schubladen. Ich mag es selber nicht, dass ich so etwas jetzt sage, aber er ist so krass breit. Also ich glaube, seine Schultern sind so breit, wie mein ganzer Körper lang ist. Und das verbinde ich halt mit so einer krassen, kernigen Maskulinität. Und dann hat er aber diese süßen Pads. Ich finde es so süß. Das sind so richtig so zwei Welten. Und ich finde es aber wunderbar, dass er sie verbindet. Ach so, wo kommt er die so Silber? Er hat auch ein Silbershampoo. Aber bei ihm, so sah ich auch gerade aus, bei ihm klappt das richtig gut. Bei ihm werden die Haare so komplett Silber. Alter, das ist heftig. Bei mir werden die nie komplett. Weißt du? Ein Teil wird so richtig Silber, der andere Teil bleibt so gelb. Weil ich habe, und ich habe jetzt wirklich alle möglichen Silbershampus probiert. Aber ich habe einfach einen höheren Gelbanteil oder Rotanteil im Haar. So. Aber ich lasse es jetzt eh. Also der Plan ist jetzt wie folgt. Ich lasse es jetzt rauswachsen. Ich mache jetzt erstmal drei, vier Monate gar keinen Friseurbesuch. Also nichts mit Schneiden. Und ich versuche das Blond halt ganz gut in den Griff zu bekommen. Und dann gucken wir mal, wie das aussieht. Also wir jetzt so miteinander. Und eventuell, ich habe heute mit meiner Friseurin telefoniert, gehen wir auf so ein geiles Braun und strehen dann nach. Damit das nicht so so runter wächst, wie so ein Stück. Sondern dass dann der Übergang weicher wird. Also ich hätte gerne längeres Haar und aber so ein süßes, kräftiges Braun. Das ist ja... Das Paar, das insgesamt am schnellsten war, ist vor der nächsten Nominierung geschützt. Ich finde so geil, dass er da in seinem Silbershampoo mit angetreten ist. Das ist so süß. Mein Süßer. Ich finde ihn richtig cute. Ich muss sagen, ich finde ihn cute. Also er ist loco. Ich finde, Raffi ist loco, aber cute. Bleib so und lauf so ganz langsam. So langsam du kannst. Genau so. So langsam. Nein, nein, nein. Ey, guck. Schatz, das muss langsamer gehen. Ach jetzt. Angedockt. Ich spüre was. Es fühlt sich gut an. Wer denkt, sich solche Spiele aus? Leute. Wer? Warum? Warum müssen die immer so Assoziationen wecken? Mein Schatz, jetzt reiß dich mal zusammen. Ich komme jetzt weiter hoch. Ey, ist das dein Ernst? Renn, renn doch. Bisschen, tu. Echt? Jetzt komm, also sie hat wirklich, sie hat große Probleme. Also wirklich so große Aggressionsprobleme. Das wird immer klarer und klarer und klarer. Es ist der Wahnsinn. Wow. Langsam, langsam. Ich schätze, deine Taktik ist scheiße. Ey, das ist nicht deine... Ich schätze, das ist gewinnt. Renn zurück. Renn mal. Renn mal. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wie stellt sie sich das denn vor? Wie soll er denn dadurch irgendwie motiviert werden, gut zu sein? Was ist das? Lusche. Bitte was müssen so langmarschig gibt nicht auf jetzt. Nein. Schreng dich bisschen an. Hat die dazu irgendwas gesagt? Hat die das jetzt einmal eingesehen, zufälligerweise, wie daneben das war? Oder nicht? Die Emma. Emma. Emma's health. She's really healthy. So healthy. No, it's unhealthy. Obviously unhealthy. Lass dir Zeit. Ich musste mir die Ohren zuhalten, weil es mich natürlich noch mehr zum Kochen gebracht hat. Und ich höre, wie Stefan einfach ruhig redet. Vor allem sie so, ja, es gibt auch Menschen, die reden ruhig. Und das treibt mich richtig zur Weißglut. Weil ich möchte Unmut anschreien und fertig machen. Und ich möchte keine Harmonie hören, weit und breit. Das ist doch peinlich, Mann. Opfer, ich hab dir gesagt. Ich hab gesagt, geh so, geh so, geh so. Was so? Ist dir das gar nicht peinlich? Es ist mir das peinlich. Ich hab dir einen Tipp gegeben. So wie du. Ich hab dir hier einen Tipp gegeben. Die braucht Tümpfe. Es sollte nicht heißen, Emma's health, sondern Emma needs help. Emma, glaub mir. Du need, du need help. Du. Need help. Wirklich. Ich kann es gar nicht anders sagen. Ich, also, Jana Maria, ich muss immer an Jana Maria denken. Die muss doch wirklich, genau wie Christina, ne, Christina Dimitro und Jana Maria müssten eigentlich sich mit Popcorn und, äh, Wodka-Ribull echt zusammensetzen und das feiern, dass sie ihre Boys los sind, weil die sind ja wirklich in grauenvollen Beziehungen. Also, bei Umut ist es so, der Tyrann ist Emma. Und bei Vanessa, da ist, also, Alex ja, obviously, auch nicht ganz auf der Höhe, ne. Ähm, aber, Girls, Jana Maria und Christina, ihr habt nichts verloren, ne. Das Oberschenkelmuskel ist das stärkste Muskel im Körper. Ja, aber mein Oberschenkel, wie kann der versagen? Bei einem Brett von, von 200 Gramm. Ich hab, meine Oberschenkel haben mich nicht mehr gehalten. Deine Oberschenkel können auch von deinem eigenen Gewicht, die hat scheinbar keine Ahnung. Was macht sie? Ein Fitnessprogramm hat sie rausgebracht, na, halleluja. Ja, also, was haben wir beim Basketball gemacht? Wir haben uns an die Wand gestellt in 90 Grad und haben einfach irgendwann Versagen gehabt wegen unseres eigenen Gewichts, okay? Und, also, er hat nicht nur das Brett getragen, welches auch nicht nur 200 Gramm wiegt, das ist eine totale Fehleinschätzung deinerseits, sondern er ist ja selber auch noch mit seinem eigenen Körpergewicht gegangen. Und da kann es natürlich zu einem Versagen kommen. Sag mal, geht es ihr noch gut? Nein. Denkst du, wir sind ein Team, wenn wir bei jedem Spiel hier die Schlechtesten sind? Darum geht es ja gar nicht. Aber, wie, wie verliert ihr denn zusammen? Was du mit ihm machst, ist Schikane. Wirklich. Ihr seid kein Team, weil du so giftig bist. Sorry. Weil du ein Riesenpäckchen hast. Das ist noch so viel größer. Na, wobei, seins muss ja auch groß sein, weil er läuft ja nicht weg. Der ist ja immer noch mit dir zusammen. Und das ist sehr aufschlussreich, weil ein Mensch, der weitestgehend seine Päckchen beisammen hätte, der würde nicht bei dir bleiben. Der würde gehen, der würde laufen. Weißt du? Seit Anfang an, seit Tag 1, seit dem hier hin. Wir sind Opfer, peinlich, Loser, Versager. Hör auf, mich so hinzustellen. Du stellst sie als Mutter Theresa hin. Hör auf, nein, tu ich. Du tust so, als ob du das Geld Ich lasse so nicht mit mir reden. Rede vernünftig mit mir. Ein Entschuldigung wäre angebracht gewesen. Er soll sich bei dir entschuldigen? Excuse me? Excuse me? Leute, die ist Mike C's Level. Sie ist auf dem Level von Mike C's. Wozu bin ich hier? Um mich zu blamieren? Oder um unsere Beziehung in der Öffentlichkeit zu ficken? Oder wozu bin ich hier? Aber warum machst du das denn? Also ich meine, wenn du mit deinem Partner schlecht in den Spielen abschneidest, wird das eure Beziehung nicht blamieren. Wenn du dich aber so verhältst, ja, dann, das ist wie so ein wild gewordener Affe. Ja? Dann blamierst du dich. Nicht eure Beziehung. Er kann nichts dafür. Außer, dass er bleibt. Das ist unangenehm. Aber du blamierst dich einfach auf die Knochen. Und es hat nichts damit zu tun, dass ihr in den Spielen verliert. So bleiben. Fuck, man. Die ist auch gut. Oh. Also ich muss ja sagen, ähm, die machen echt eine gute Chivoire. Hm? Ja. Ja. Ich weiß gar nicht, wer die Beste macht. Aber ja. Mhm. Und jetzt? Und jetzt? Sie nicht. Sie definitiv gerade nicht. Nee. Weiter nach hinten. Nein, noch nach hinten. Nach hinten. Mann. Scheiße, Mann. Oh, krass. Sie hat echt die bessere. Wahnsinn. Hätte ich nicht gedacht, dass es so klappt, wenn man steht quasi. Äh, sie macht das gut. Oh, Mann. Ich dachte, Sammy wird's schaffen. Naja. Ist, wer soll bleiben? Mir egal. Also, sind wir beide lieb. Weil ich hab schon wieder vergessen, dass Alessia so zu Tessa war. Leute, jetzt ist sie mir wieder sympathisch. Guck, ich bin auch nicht so, also ich kann das auch schnell vergessen. Wisst ihr das? Es aussieht Parasylten, aber scheiß. Man muss eine gute Körperbeherrschung haben. Oh, ne, so ne, die hab ich nicht. Nee, Schatz, das ist nicht dein Spiel einfach. Das nächste vielleicht. Guck auf, ich bin auch. Ja. Sie hat das so easy gemacht. Aber hier war das einfach voller Selbstläufer. Sie so, ich mach das mal eben, ne. Ja, Mann. Ich hatte falsche, falsche Taktik. Bitte zieh diese Anzüge nicht mehr an. Ja, jetzt bitte. Bitte auf. Aber, guck mal bitte, Sam, er trägt das alles, ne. Es ist nicht in Ordnung und würde Sam das bei Rafi machen, würde Rafi wahrscheinlich wieder freiwillig gehen wollen. Sam weiß, dass er verkackt hat. Der versucht aber auch nicht, den anderen zu erniedrigen, sondern es ist einfach, ich hatte die falsche Taktik, fass mich bitte nicht an. Was haben die Anzüge damit zu tun? Man merkt richtig, wie Rafi das jetzt braucht, dass er Sam halt so niedermachen kann, um sich selber da irgendwie aufzuwerten. Was ich auch gesehen habe, was ich ein bisschen unangenehm finde, ist, dass Rafi privat ist auf Insta und ich mir so denke, guck mal, wenn die Leute folgen wollen, folgen die. Weißt du, was ich meine? Aber so diese Taktiken, so ich stelle mich auf Privat und ihr gucken wollt dann und ich mache so ein sexy Bild als Anzeigebild, so oberkörperfrei und dann folgt man mal alle, damit ich endlich ein paar mehr Abonnenten habe. Die gehen eh wieder, wenn du danach nicht cool bist. Weißt du, wollen sie zwei haben statt ein? Leute, machen wir erst mal ein. Guck mal erst mal, dass einer klappt. Dann kannst du dich noch steigern auf zwei. Also das ist ja auch, die sind so komiker. Das sind mir die Liebsten. Wirklich. Direkt zwei, drei. Ja, du bist, keine Ahnung, ich wollte gerade sagen, Arnold Schwarzenegger, der wird das auch nicht können. Ich glaube, zu viel Muskelwachstum ist nicht gut, weil oftmals sind da die Muskeln, glaube ich, verkürzt. Ja, und so zu wenig wie bei Raul oder gar nicht Sport. so scheint mir das, ist auch nicht gut. Am schnellsten von allen waren Alicia und Jan. Ich muss aber sagen, ich freue mich, dass die so ein Erfolgserlebnis auch mal haben zu zweit. Weil wenn das hier irgendwas mit Wissen wieder gewesen wäre, dann wäre das ja wieder nichts. Deswegen super. Ich habe dauerhaft Angst. Ich vertraue dir auch bitte enttäusch mir nicht. Nein, Schatz. Bitte. Komm her. Dass der den Arm nimmt, ne? Das ist alles verkehrt. Wirklich. Umut, du müsstest da wirklich konsequent sein, weil sonst wird sie immer wieder so mit dir umgehen. Die trampelt ja auf dir rum. Die weiß, die respektiert dich null. Es tut mir leid, mein Schatz. Ich bin flach. So, ich bin ein. Ich komme nicht aus meiner Haut raus. Okay, zumindest ist das eine aufrichtige Entschuldigung, ne? Sie sieht schon ein, dass es loko ist. Und dann würde es mir auch schwer fallen, Schluss zu machen, ehrlicherweise. Wenn mein Partner das einsehen würde und sagen würde, oh Gott, ich komme in diesen Momenten nicht aus meiner Haut raus, ich bin eine Bestie. So, dann würde es mir schwer fallen, zu sagen, okay, hör mal zu, ich mache Schluss. Es würde mir leichter fallen, wenn der dann immer noch danach dahinter steht, dass er dann alles richtig gemacht hat. Dann könnte ich sagen, hey, du reflektierst das gar nicht, hier ziehe ich den Schlussstrich. Aber wenn der dann ankommt oder sie und sagt so, Gott, ich weiß nicht, ich bin dann wie tollwütig, dann würde es mir schwer fallen. Wie würde es euch gehen? Ich gebe dich über das, mit den Schäden. Ich habe auch noch die Schäden. Die Süßen. Ach du Scheiße. Ja, sie geht aber wirklich bei jedem Spiel so ab. Das ist echt der Wahnsinn, was dann in ihr vorgeht. Ich würde so gerne wissen, was Jana Maria dazu sagt. Ich sehe einfach, dass es ein Paar gibt, was leidet. Ein Paar gibt, was überfordert ist, an der Grenze ist. Was ich alles gehört habe, was ihr ihm anschreit, der sagt gar nichts mehr, dann fein Worte wie du Lusche. Und da habe ich schon ein bisschen Angst, dass sie psychopathisch ist, dass sie irgendwo ausgebrochen ist. Und da müsste man eigentlich mal hingehen und sagen, dass er entmannt wird. Also ich finde eigentlich, das ist unsere Aufgabe, auch ihm da mal aufmerksam zu machen. Wir haben Angst, dass sie psychopathisch ist und dass sie irgendwo ausgebrochen ist. Oh mein Gott. Vor allem, weißt du, Gloria hat sich fast getrennt in dieser Staffel und sie ist so, es gibt ein Paar, welches überfordert ist. Ich bringe Rollenstein. Du sagst dann, die Beleidigung war schon krass, das geht gar nicht. So, dann kannst du das unterdrückabreden. Du musst aber ein bisschen hier. In deiner Sprache fliegt die richtige Gloria raus, nicht die langweilige. Aber was bringt euch das? Warum müsstest du dich damit konfrontieren? Mach was, Schatzi, wir brauchen Sendezeit. Los, Schatzi, Gloria will raus. Komm, hol die, hol die asoziale Gloria raus. Komm, komm, Schatzi. Glaubt ihr eigentlich, dass das Sommerhaus euch gut tut, so als Paar? Glaubt ihr, es tut euch gut? Also, ich wollte nur sagen, meiner wollte schon freiwillig gehen. Also, uns tut es definitiv nicht gut. Deswegen wollte ich mal fragen, tut es euch so gut als Paar, sag mal? Also, ich sitze ja im gleichen Boot wie ihr, habe auch so eine verkorkste Beziehung. Geht es euch genauso schlimm oder geht es euch besser? Nur mal so, wollte ich fragen. Klar, natürlich, ihr vertragt euch jetzt danach, aber das ist ja so dieses Rollercoaster. Sie weiß Bescheid, weiß, es ist so Rollercoaster, wisst ihr, was ich meine? Habe ich gegoogelt, habe ich von meinem Coach gelernt. Genau, das ist so Rollercoaster, wisst ihr, was ich meine? Also, so, was wollte ich auch dazu sagen? Habt ihr vielleicht eine Aussage für mich? Weil mich juckt das voll. Ne? Weil, juckt mich voll, wie es bei euch abgeht. Sag mal bitte. Es ist halt eine Beziehung, die lebt. Es ist halt einfach eine lebendige Beziehung. Wenn ich ihn Lustchen nenne und wenn ich ihn beleidige und so. Wenn ich mit diesem Würfel nach ihm werfe und wenn ich ihm sage, er ist ein Körperklaus und ein Loser und so. Das ist eine Beziehung, die lebt. Sag mal. Bist du doof oder was? Du warst doch gar nicht dabei, boah, willst du das denn wissen? Ja, das verstehe ich gerade auch nicht. Du wolltest es halt mal ansprechen. Ich wollte es halt mal ansprechen, so. Also, ich war nicht dabei, aber stimmt, halt mich halt einfach mal interessiert, so, vor versammelter Mannschaft. Ja, also, ich bin halt so, also, ich mag das halt gar nicht, wenn Leute gegen mich schießen, aber ich schieße halt gerne gegen andere, deswegen, ich wollte es einfach nochmal so ansprechen. Ich sage ja auch nicht, wo ist jetzt gerade dein Mann, der juckt sich auch nicht dafür, was du machst, der sitzt nur hier draußen mit Jann am Saufen. Okay. Und dann ist es ja auch so, dass eigentlich die Abmache war, dass alle anderen, also Theresia und Sam ja auch mit einsteigen, haben die jetzt aber gerade mal ausgelassen. Die sind so, nee, nee, irgendwie, lassen wir sie diesen Kampf doch alleine kämpfen. Okay? Ich dachte die ganze Zeit, dass du derjenige bist, der so laut hört und so. Weil er ein Vollbart trägt, oder warum denkt ihr das? Nein. Und da habe ich mitbekommen, dass ihr beide geweint habt auch, in dem Moment. Und Gloria mit mir auch sagte. Ich habe nicht in dem Moment geweint. Ey, im Moment haben wir nicht geweint. Du hast doch geweint. Nein. Nee, nee, sie hat nicht geweint. Emma hat doch nicht geweint. Auf gar keinen Fall. Aber ich finde, Emma kontrat ganz gut. Wieso? Warum denkst du denn, dass er der Laute ist? Weil er ein Vollbart trägt, oder was? Geht es jetzt in die Richtung? Geweint da vorne an der Ecke. Nee, ich habe nicht geweint. Ich weine nie vor Wut. Jeder spricht darüber. Alle sagen das. Jeder spricht darüber. Wirklich. Bei Gloria könnte man auch denken, sie ist zwölf. Alle reden darüber. Wirklich. Jeder. Das ganze Dorf redet darüber. Alle finden das. Du bist seit vier Monaten mit deinem Micha zusammen und willst gerade von außen. Wir sind seit eineinhalb Jahren. Okay. Wir sind jetzt nur seit vier Monaten offiziell zusammen. Ja, weil er davor nicht mehr wusste, ob er dich haben will oder nicht. Also damit trifft sie tatsächlich voll in den Schwarz. Du bist ihm ja ein Jahr lang einfach dämlich hinterhergelaufen. Und da würde ich halt immer vorher einmal überlegen, in welcher Position bin ich gerade. Bevor ich da versuche, das Alpha dieser Gruppe zu sein und Emma und Umut bloßzustellen. Einmal selber gucken. Du wolltest dich gerade trennen. Deine Beziehung läuft alles andere als gut. Deswegen. Ich bin stolz auf Emma. Ich finde, sie macht das sehr gut. Ist das gerade dein Ernst, Mädchen? Ach so. Und ich dachte, aber Mädchen nennt man sich nicht. Das war doch der fast Trennungsgrund bei Gloria und ihrem Partner, weil er sie Mädchen genannt hat und sie meinte, Mädchen sagt man nicht. Und jetzt, wo Emma sich einfach nur zur Wehr setzt, was ich total gut finde, sagt sie Mädchen. Ihr habt keine Respektgrenze in den Spielen, weil man muss einfach auch mal erkennen, dass man seinen Partner in Spielen nicht beleidigt. Du bist so witzig. Ich schwöre, Gloria, du bist so witzig. Gloria, wirklich? Schäfst du dich gerade gar nicht? Oh mein Gott, sie ist so cringe. Gloria, du bist peinlich. Wirklich? Oh mein Gott. Nee, nee. Okay. Warum wollte der Mischa gehen? Warum wollte der nochmal gehen? Ah, weil du ihn beleidigt hast. Ja. Hast du dich auch fiktig gesagt zu Micha? Nur ein fiktig, nicht meins Gesicht. Was hast du zu ihm schon alles gesagt? Was hat er denn zu ihm gesagt? Lusche? Also wirklich, da habe ich jetzt gerade das Gefühl, die sind im Kindergarten, ne? Also wirklich. Hey, Gloria müsste doch auch schon 30 sein, oder? Ist die nicht schon 30? Hat die nicht im HR-Management gearbeitet? Human Resources? Hat die nicht so was gemacht? Hat die nicht so einen ganz normalen Job? Ich kann das gar nicht glauben. Also ich habe es fiktig gesagt, aber halt nicht in sein Gesicht. Hast du nicht gesagt, Lusche, ist es schlimmer? Nee, deins ist vielmal schlimmer wie meins. Nee, wirklich, Lusche, Pfannkuchen ist noch schlimmer. Du hast Pfannkuchen gesagt, ich habe fiktig gesagt, aber nicht in sein Gesicht. Von dir möchte ich keine Tipps haben, wie ich meine Beziehung angehen soll, ja? Wenn ich mir zum einen deine Ex-Beziehung anschaue, zum anderen deine Beziehung jetzt mit dem Micha. Irgendwas machst du nicht richtig? Ja. Und von dir brauche ich keine Tipps. Danke, Süße. Sie sagt, dass du kein Interesse an mir hast, du dich lieber mit Chan zusäufst und wir keine Leidenschaften in der Beziehung haben. Ja, genau. Aber dass du das Ganze angefangen hast, das hast du gerade kurz ausgelassen. Sie sagt einfach so aus dem heiteren Himmel diese ganzen bösen Sachen zu mir, ja? Und ich tue hier gar nichts. Ich will einfach nur einen schönen Abend mit meinen Mädels haben. Du wolltest uns gerade vorführen, hier von der ganz wichtigen Gruppe. Boah, Gloria, ey. sie schafft es einfach, sich in jedem Format zu blamieren. Eure Beziehung ist hoch, runter, hoch, runter. Das ist absolut nicht gesund. Die wirklich, die denkt wirklich, es ist jetzt in irgendeinem Universum richtig, anderen zu sagen, dass ihre Beziehung nicht gesund ist. Also wow. Wirklich wow. Wirklich wow. Wenn du dir wirklich aufrichtig Sorgen machst, dann möchte ich dir das gerne glauben, aber bitte, nimm mich dann zur Seite und sprich mich oder uns drauf an. Es ist doch scheißegal, ob ich es hier anspreche oder da drüben anspreche. Nee. Ich muss sagen, Emma handelt das gerade sehr, sehr gut. Vor allem, wenn man weiß, was für Trigger Emma hat, macht sie das gerade wirklich hervorragend. Wirklich. Sie fällt nicht aus der Kontrolle, sie sagt wirklich wichtige Sachen, so wenn es dir wirklich darum ginge, dass du dir Sorgen um uns machst, was nicht der Fall ist, dann würdest du das nicht vorher absprechen in einer Gruppe, dir eine Taktik überlegen, wie du das gleich hier zur Sprache bringst, sondern du würdest mich einfach zur Seite nehmen und würdest mir das einfach einmal sagen. Gloria, das war wirklich ein Eigentor. Das war ganz ungünstig. Okay, dann machen wir jetzt einen Punkt, weil es bringt sowieso nichts. Okay, damit ist es fein. Ja, und jetzt kannst du ja auch mal gucken, wo deine Freunde sind. Sam hat gar nichts gesagt und Theresia war, naja, ja, sie hat es probiert. Was sagt denn, was sagt denn Tag? Hallo, Junge. Nein, 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 nein. Naja, das war ja die Abmachung, dass ihr alle was sagt, ne? Am Ende hat er nichts gesagt. Ja, aber habt ihr auch verdient. Ich finde, wenn solche Pläne dann so gegen die Wand fahren, ist es wohl verdient, weil das ist Karma, das macht man nicht. Also ich meine, dein 60-jähriger Partner hätte dich stoppen müssen, weil zumindest dem traue ich ein bisschen mehr Anstand zu, dass der dich vor so Schoolgirl-Mobbing-Aktionen einfach einmal zurückholt. Der hat auch so viel Lebenserfahrung und so. Da muss er doch sagen, halt stopp, Schatz. Das machen wir nicht. Und jetzt holt sie. Und jetzt will sie, dass wir Mitleid mit ihr haben? Nein. Er hat mich von kankisch, weil der hat nichts gesagt. Ja, ich wollte mit ihm gemeinschaftlich mobben, ja. Oder er hat mich alleine gelassen. Ich wollte die fertig machen. Ich finde das cool, in der Gruppe Leute fertig zu machen. Das ist so toll. Er hat mich einfach alleine gelassen. Mann, das ist richtig blöd. Er ist wahrscheinlich der Einzige, der gemerkt hat, dass das vielleicht eine doofe Idee war. Naja, der hatte einfach Schiss wegen... Ja, das war cringe einfach, Leute. Also wirklich. Ich finde ja auch, dass diese Theresia jetzt auch ihr Gesicht wirklich zeigt, ne? Wie hab ich dich total beschissen gefühlt? Achso, und was glaubst du, wie hat sich Emma gefühlt? Wenn du dich jetzt so beschissen gefühlt hast, wie hat sich dann Emma gefühlt? Das Opfer? Boah, das ist die peinlich, Alter. Die ist so peinlich, oh Gott. Du hast ein gutes Herz. Du hast ein gutes Herz. Du machst die fertig, die Emma. Aber du hast ein gutes Herz, Schatz. Wirklich. Ich vertraue darauf, dass wir gemeinsam mobben. Ja? Und dann werde ich im Stich gelassen. Was ist das? Nicht mal auf seine Mobbingfreude kann man sich verlassen. Dein schöner Charakter. Du hast wirklich einen ganz tollen Charakter. Mobben ist so toll. Finde ich ganz toll, dass du so einen tollen Charakter hast. Menschen in der Gruppe bloßstellen. Das machst du super, Schatz. Du bist so toll. Mein Mädchen. Deswegen liebe ich dich. Das ist das Größte, was du haben kannst. Wenn du so eine Mobberin bist, liebe ich dich so sehr. Wirklich. Also das sind heute die Folge. Und die Gewinner sind wieder Umut und Emma. Also jetzt mal ganz im Ernst. Sie haben ihren Streit. Am Ende, der war wirklich krank. Aber sie hat sich aufrichtig entschuldigt. Und ja, die hat wirklich gut gekontert. Also die Leute versuchen, die so fertig zu machen, aber die spielen denen halt immer die ganze Zeit in die Karten. Im Sommerhaus tropft's aus Theresia salzig raus. Die ist so durch, ne? Ganz ehrlich. Um die sollte sich selber Sorgen machen. Weniger um Emma, sondern um seine Freundin Theresia. Das Problem ist da. Was geht bei der? Ist jetzt jemand gestorben? Was ist los? Stimme, schütze. Ich fand es auch nicht in Ordnung. Nein, überhaupt. Ich bin auch da. Statt, was ist los? Nein. Ich möchte, nein, ich möchte das jetzt. Ich möchte gerne mit den anderen über dich reden, aber mit dir möchte ich nicht über dich reden. Verstehst du? Lieber erzähle ich das allen anderen, aber mit dir, Sam, möchte ich jetzt nicht reden, weil wir sind seit fünf Jahren befreundet und ich finde, das ist jetzt offen und ehrlich, wenn ich mit anderen über dich läster. Genau. Und Gloria ist so, ja, das fand ich auch nicht in Ordnung. Also ich habe ja auch sehr vorgefühlt, ich wollte natürlich alle in der Gruppe, dass wir die alle fertig machen, ne? Ja, es war gar nicht in Ordnung, dass er sich zurückgehalten hat, ja? Emma und Umut haben noch einen weiteren Gegner gebraucht. Ich möchte das jetzt nicht mit allen jetzt mir verrückt. Sorry, aber ich kann die nicht ernst nehmen und Emma und Umut sind so, ey, geil, guck mal, die zerstören sich alle selber. Ich freue mich für euch, ehrlicherweise wirklich, ich freue mich wirklich für euch. Ehrlich, weil das habt selbst ihr nicht verdient. Ehrlich nicht. Wenn du jemanden brauchst, ist keiner da. Wenn du niemanden brauchst, kommt sie an. Ja, das ist, kennt ihr das nicht? Wenn ihr mal jemanden braucht, um jemanden anderen fertig zu machen, ne? So aus dem heiteren Nichts, ja? Dann sind eure Freunde nicht da, ja? Wo ist da die Gerechtigkeit? Ich wollte doch einfach einmal Emma und Umut vorführen und da sind meine Freunde nicht für mich da. Was soll das denn? Da bist du immer in die Hände genommen. Ich hab gesagt, Sämme, kann ich dir vertrauen? Ja, da ging es doch um was völlig anderes. Da ging es doch darum, dass er dich nominieren würde und nicht, dass er hier nicht auf den Mobbingzug mit drauf springt. Also sag mal. Wenn es aber was im Zusammenhang mit einer Freundschaft noch steht. Nein. Ja, genau. Also mit dir möchte ich nicht befreundet sein. Wirklich. Also, nee. Gehst du durch, ey? Der tut das auch nicht gut hier mit der Öffentlichkeit, sag ich euch. Theresias, voll am Hull. Aber warum? Weil Sam sollte Gloria unterstützen, wo sie euch angegriffen hat. Und der hat sich auf einmal plötzlich einfach rausgehalten. Ja, es sind einfach Patienten. Ich finde es aber gut, dass die das immer um uns sagen. Ganz ehrlich, dann wissen die zumindest, was da so abgeht, ne? Kannst du bitte ins Bett kommen? Nein. Kein Bock, nur eine Person zu pennen, die ich nicht kenne. Es ist dein fucking Ernst. Habt ihr jetzt sowas wie so einen Rollercoaster? Also ich, Leute, diese Folge ist so Comedy. Das hatten wir schon lange nicht mehr. Diese Folge geht in die Geschichte ein. Also, liebe Gloria, habt ihr gerade sowas wie einen Rollercoaster? Ist da irgendwas nicht in Ordnung bei euch? Kann es sein, dass das Sommerhaus euch nicht so gut tut? Vielleicht? Kannst du bitte ins Bett kommen? Auch eure Beziehung läuft ja auch richtig gut, ne? Fragt doch mal Emma, ob sie einen Tipp hat. Weil die schläft nämlich gerade neben ihrem Partner ein. Nur mal so for the info. Und laut Umut und Emma ist es jetzt dein Drink-Buddy. Das bin nicht ich, das ist Can. Kannst ja mit dem weiter saufen. Wirklich, ich freue mich für Emma und Umut. Ehrlich, es löst sich einfach alles von alleine. Es ist doch einfach hervorragend, oder? Manchmal frage ich mich, wie soll ich denn sein, dass es für alle perfekt ist? Weil die einen sagen, sie wollen die alte Chloe, die anderen sagen, sie wollen die neue Chloe, aber ich weiß gar nicht, wenn ich sein soll. Hör doch auf. Bitte. Bitte. Das ist jetzt Comedy. Also langsam wird es wirklich kommen. Guckt euch sie an. Och, Maus. Ja, so mobben ist schon mal nicht cool. Das würde ich nicht machen. beleidigen auch nicht. Gaslighten und manipulieren ist auch uncool. Anschreien auch. So. Wer ist denn die alte Gloria? Die asoziale, die beim Promi-Büßen war? Ja, die wahrscheinlich eher nicht, ne? So, I'm not a girl, I'm not a woman. Was soll ich machen? Ich weiß nicht, wer ich bin und wer ich sein möchte. Ich weiß es einfach nicht. Ich weiß es nicht. aber ich möchte gerne Emma noch mal fertig machen und ihr Lebenszips geben, weil ich habe meins so gut im Griff. Och, Maus. Och, Schatz. I'm not a girl. Not yet a woman. Lass dich. Aber ich sehe gerade die Haare von meinem Schatz. Nein, es ist dein Schatz. Sorry. Och, Mann. Aber ich finde den süß. Och, Mann. Ist das okay? Nur aus der Ferne. Es beruht ja auch nicht auf Gegenseitigkeit. Aber ich finde den irgendwie cute. Den, ähm, wie heißt der jetzt nochmal? Ich habe mich vergessen. Der hat auch lila eine Haare. Das ist scheinbar so ein Ding dieses Jahr. Also, ich sage es dir ehrlich, ich fand es gestern gar nicht cool, dass du mich so ein bisschen so forschig ins Messe laufen hast. Aber so hat es sich angefühlt. Das tut mir leid, aber du darfst auch nicht vergessen, du bist geschützt. Also, obwohl ich euren Kram richtig scheiße finde, war aber die Abmachung, dass ihr beide mit auf den Zug steigt, ne? So. Und jetzt im Nachgang zu argumentieren, ja, aber du bist geschützt und deswegen habe ich mich doch nicht dran gehalten, dann sag es vorher auch nicht zu, ne? Ich glaube, dass er da schon irgendwo teilweise ein linkes Spiel spielt. Was du hier niemals tun würdest, ne? Du bist keine linke Batzünder. Aber ich sage es dir ehrlich, ich habe auch keine Lust, mich ja in den Arsch zu kriechen. Der darf auch nicht dieses Gefühl haben. Er hat die Oberhand über dich. Er hat sowieso die Oberhand, das weiß er auch. Ah ja, okay. Und dann gibst du Beziehungstipps. Okay. Ja, makes sense, ne? Er hat gestern den Schwanz eingezogen und das war halt sehr, sehr unmännlich und auch leider kein cooler Move. Naja, aber ganz ehrlich, wenn deine Freundin so eine Kindergartenmobberin ist, dann ist es eigentlich sehr erwachsen, sich da rauszuhalten. Also wenn sie schon ihr Gesicht vor Deutschland verliert, um das in deren Sprache auszudrücken, muss er ja nicht mitspringen, ne? So. Also wenn sie jetzt hier ohne Grund angegriffen worden wäre, wäre es ja eine Sache gewesen. Aber wenn sie da anfängt zu sticheln und einfach nur eine Antwort bekommt, dann ist es das einzig Schlaue, sie da alleine ins Verderben stürzen zu lassen. Ich hoffe, ich ziehe das auch ohne Brille. Aber jetzt mal ganz im Ernst, Sam, ne? Das ist jetzt schon die zweite Prüfung, bei der du das Argument bringst, dass du keine Brille hast und nicht so gut sehen kannst. Warum nimmst du die nicht für den Notfall einfach mal mit? Stopp! Eine halbe Umdrehung. Stopp! Wenn ich sage Stopp, heißt das Stopp! Gruzifix, Mann! Ja, verstehe. Wir haben kein Zeit mehr. Wir kriegen hier die Kurve nicht. Du, nicht ich! Theresa nochmal. Stefan, ich habe jetzt keine Zeit zu erklären mehr! Aber Hauptsache, sie hat auch das Gespräch zu Emma und Umut gesucht, um mit denen über ihre Streitkultur zu sprechen und dass das ja nicht so harmonisch bei denen läuft. Ja. Lieben wir sowas. Lieben wir. Und warum gehst du mir jetzt aus dem Weg? Ich möchte jetzt erst mal wirklich erst mal setzen. Aber ich habe doch gar nichts gemacht. Um was geht es denn? Um uns beide geht es. Das ist doch mal nicht so neugierig, das ist doch nicht so egoistisch. Naja, wenn es um mich geht, dann kann ich ja fragen, um was es geht. Also wirklich? Die sind seit fünf Jahren befreundet, ne? Und sie und ihr Zahnarzt, der so viel Lebensverfahrung hat und der, finde ich, ein bisschen weiser sein müsste, meint jetzt wirklich, dass man so damit umgeht? Also Sam hat euch nicht irgendwas angetan oder irgendwie so, sondern er ist da einfach nicht mit auf den Zug gesprungen. Okay? Weil es sich vielleicht nicht ergeben hat whatsoever. Ja, ähm, und dann meinst du, es ist die richtige Vorgehensweise, einfach nicht mit ihm zu reden und vor allem auch, dass der Zahnarzt sich einmischt. Also ich meine, wenn Sam und Theresia eine Freundschaft zueinander haben, dann lässt du die Streitigkeiten unter sich ausfechten und misch dich da nicht ein als Partner. Das ist hoch alarmierend, wirklich. Und, wow. Jetzt nicht aus der Mücke ein Elefant machen. Jetzt nicht aus der Mücke ein Elefant machen? Also wenn, dann macht ihr das. Weil ihr redet ja nicht mal mit Sam. Also jetzt projiziert hier der Doktor auch noch. Gloria ist ins offene Messer gerannt. Du saß daneben. Warum ist Gloria ins offene Messer gerannt? Ich wollte die Situation auch ein bisschen entspannen. Nämlich wenn ich auch noch was gesagt hätte. Aber du hast ja gar nichts gesagt. Und da hast du mir aber mal den Rücken stärken können in dem Moment. Das erwarte ich von einer guten Freundschaft. Das erwarte ich von einer... Freundschaft? Bist du jetzt der Psychologe hier? Ey, schäm dich mal, Zahnarzt. Wirklich. Stell dir mal bitte vor, wie toxisch das bitte ist, wenn euer Partner sich einmischt, wenn ihr gerade Streit habt mit eurer besten Freundin oder mit eurem Kumpel. Und dann steht der daneben und gießt dann auch Öl ins Feuer. Also ich glaube, ich spinne. Und der redet irgendwas von Bildungsschichten und so. Die kannst du dir sonst wohin stecken. Da fehlt ganz viel menschliche Intengenz bei dir. Und Intengenz steht für Intelligenz. Es gibt manchmal wirklich Menschen, die fragen, Sunny, was bedeutet Intengenz? Habe ich mir einfach so ausgedacht. Das ist ein bisschen lustig. Damit ist natürlich Intelligenz gemeint. Tut uns einen Gefallen. Geht da hin. Klärt das privat unter euch. So, guck mal. Selbst ein Raffi rafft es, weil der halt so sagt, ey Leute, ihr habt da was zu klären. Geht ihr zwei. Es betrifft eure Freundschaft. Weißt du? Man muss doch mal diese komische Freundschaft demaskieren. Wenn du Versprechen machst und nicht hältst, dann bist du eine falsche Bitch. Dann bist du eine falsche Bitch. Oh mein Gott. Dann nützt dir der goldene Glanz da auch nichts. Darf ich kurz auch mal für mich reden? Darf sie vielleicht den Streit mit ihrem Kumpel selber ausfechten? Also wirklich. Also wirklich. Dieser Zahnarzt, der macht mich fertig. Der ist wirklich, der ist für mich die Überraschung. Er ist für mich wirklich die größte Überraschung. Wirklich. Die allergrößte Überraschung in dieser Staffel. Also wirklich. Du bist doch rausgegangen. Nee, der möchte einfach nicht, dass du dich einmischst. Also wirklich. Zahnarzt. Es geht nicht um dich. Nur weil du mit der Riese zusammen bist, seid ihr nicht eine Person. Nicht jeder, mit dem sie befreundet ist, mit dem bist du auch befreundet. Deine Freundin hat Freunde. Okay? So. Ich möchte nicht mit ihr befreundet sein, weil, ne, wie sie dann diese Freundschaften pflegt und wie sie damit umgeht, wenn sie sich verlassen fühlt, ist nochmal eine andere Geschichte. Aber gut. Das geht nicht um dich. Verstehst du das? Das ist grenzüberschreitend. Ich lass es nicht zu, dass ein Sam jetzt schon wieder den Arsch da retten will, obwohl offensichtlich ist, dass er eine intrigante Sau ist. Der ist für mich total ausfall. Wirklich. Der Arzt ist für mich ein total ausfall. Meine Güte, meine Güte. Ich kann dir aber von unserer Seite sagen, du kannst uns vertrauen. Wirklich? Ja. Boah, die ist wirklich, die braucht Hilfe, ne? Die braucht wirklich Hilfe. Ich sag dir das. Lüge alle anderen an. Ich gehe gar keine anderen an. Hör doch mal zu, jetzt angenommen. Lüge alle anderen an. Man merkt voll, dass sie einfach Schauspieler hat, ne? Also du demonstierst sie gerade selbst. Ja, aber das... Denk an deine Follower. Mach doch mal Eier in der Hose, Mensch. Ich glaube, der hat einen Karieszahn oder so. Also ich glaube wirklich, der Zahnarzt hat einen Karieszahn. Und das triggert den. Ich glaube, der hat eine Wurzelentzündung oder so. Das muss ganz schlimm gerade für ihn sein. Das sage ich euch. Ich habe mich emotional von dir erpresst geführt. Du warst der Grund gestern, warum es mir schlecht ging. Du wusstest, du wusstest, du wusstest, du wusstest, niemand anderes. Du wusstest, ich habe nur geheult gestern, weil du mir dieses Gefühl gegeben hast. Du stellst unsere Beziehung so hin, wenn du nicht hinter mir stehst. Dir geht es, wenn dein Problem das ist, dass jetzt hier ein Umut und eine Emma sehen, wie ich auf dem Sofa liege, wenn das dein größtes Problem ist, dann mache ich mir tatsächlich Sorgen für die Beziehung. Er reilt es halt ein bisschen. Er ist halt nicht so infantil. Das merkt man hier gerade. Ich verstehe den voll. Wenn dein Problem ist, dass Umut und Emma denken, ich chill zu viel auf dem Sofa, dann mache ich mir richtig Sorgen. Weil dann ist hier richtig irgendwas nicht in Ordnung. wenn das dein Problem ist, Schatz. Du bist erwachsen. Du bist 30 und mehr. Was geht bei dir? Willst du so enden wie der Zahnarzt, dass du Stefan, wie Stefan bist mit 60? Willst du das oder willst du dann auch irgendwann reifen und erwachsen werden? Sag es mir. Aber ich möchte schon ein bisschen aus mir rauskommen. Also ich sage es dir ehrlich, mir fehlt es auch ein bisschen. Es ist mir auch ein bisschen zu harmonisch. Also ich mag ja Harmonie, aber nur mit dir. Ich mag andere Menschen nicht. Also ich möchte schon gerne ein bisschen mobben. Ach Mensch, komm Schatz, bitte. Also ich möchte schon gerne streiten. Weißt du? Und wenn es keinen Streit gibt, möchte ich ihn gerne anzetteln. Mir ist das doch sonst so langweilig. Weißt du, was ich meine? Ich möchte gerne streiten. Ich möchte Sendezeit. Ich möchte Shitstorms. Bitte. Mach's doch um. So sieht's. Nein. So sieht's. Nein. So sieht's. Das ist das Ziel, wie meine Cap am Ende aussehen soll. Ich stretch die einfach noch ein bisschen. Dann sitzt die auch so locker wie bei ihm. Am weitesten gekommen sind Jill und Oliver. Ein paar von den Geschützten stärker als das andere. Ja, Gloria. Und um uns zu sichern, nehmen wir den Nominierungsschutz von Gloria und Michael. Ja, war klar. Hätte ich auch gemacht. Man hat ein Safety, denkst du, okay, ich bin safe, ich kann mir jetzt ein bisschen mal was erlauben. Dann erlaube ich mir gestern was und zack wird mir heute das Safety weggenommen. Ich hätte ihm am liebsten den Kopf abgerissen. Ja, das ist in einem anderen Karma. Verstehst du so? Deswegen solltest du dich nie zu safe fühlen und Paare nicht in einer Gruppe fertig machen. Das nennt sich Karma. Guck mal, dein Freund war sauer auf dich, du bekommst Safety entzogen. Deswegen machst du was nicht. Ich hab normal angesprochen, dass ich halt das Gefühl hab, dass euch das Sommerhaus in der Beziehung einfach strapaziert. Schade, wenn man mit einem Partner, wo man ein Team ist, den er natürlich in den Spielen niedermacht. Und deswegen geht meine Stimme an euch. Ich hätte immer noch nicht geschaltet, ne? Schade, dass man in den Spielen den Partner niedermacht. Hab ich auch gemacht, aber deswegen nominiere ich euch. Hier im Hause gibt's schon einige manche Verräter. Geiler Auftritt. Also hier im Haus gibt's einige manche Verräter und deswegen soll ich wissen, ich mach so einige manche Verräter, aber ich muss es aber hier entlarve. Da wurde uns auch ein Messer an den Rücken gerammt und dieser gewisse Mensch ist ein guter Redner. Auch einige Menschen auch hier manipuliert und ich bin der Meinung, dass es hier und heute für euch endet. Finde ich aber gut. Finde ich gut, die sind schlau. Umut und Emma sind nicht doof. Der hat den anderen erst mal so seine Meinung gegeigt. Oh, guck dich mal die Hunde an. Ihr müsst das mal sehen, Leute. Warte mal. Ach, so wie verknautscht die da liegen. Guck mal, warte mal. Ach, Charlie und Boni. Oh Mann, das ist süß. Aber am Ende hat er den Richtigen getroffen und zwar Daol. Daol ist, glaube ich, das Schlimmste da drin. Ist das dein Ernst? Ist das dein Ernst? Wir? Also wir wollten euch zwar auch die ganze Zeit so rausbekommen, ist das euer Ernst? Wir? Warum wir? Alleine für diese Reaktion war es das Richtige. Ich gönne ihr das so. Wie kann man bitte so schockiert sein, wenn man nominiert wird? Das, also wirklich, das finde ich zum Beispiel wirkt sehr arrogant. Ne? Das ist so für mich, guck mal. Was wir? Wir werden nominieren, obwohl wir hier vorhin die Strippenzieher sind. Okay? Hast unser Bild in deiner Hand gehabt? Und hast dieses Bild an die Wand gesetzt? Herr, vor allem, wenn ihr Umut und Emma sogar schon mal nominiert habt, so klingt das ja gerade, ich weiß es natürlich nicht mehr, warum seid ihr dann schockiert, wenn ihr es zurückbekommt? Ich verstehe das nicht. Unsere Stimme geht heute an den Gründer der Allianz. Raul. Oh Gott, bitte. Bitte. Ich hoffe so sehr, wirklich. Leute, ich, mein Venus-Fügel war richtig. Ich sage es euch. Raul und Vanessa. Alter, haben wir uns krass in den Leuten getäuscht? Nein. Nein, aber so eine Dinge haben einfach kurze Beine. Weißt du? So Machenschaften scheinen kurze Beine zu haben, ihr Süßen. Das kommt einfach raus. Weißt du? Und dann kommt Karma hier und fertig. Wir haben uns für ein Paar entschieden, bei dem wir einfach nicht mehr das Gefühl hatten, zu 100 Prozent vertrauen zu können. Raffi und Sam, ihr spricht über Vertrauen, das ist ja sehr süß. Das wollte ich gerade sagen. Also ich meine, ihr seid schockiert über Leute aus eurer Allianz, die euch rauswerfen und dann nominiert ihr Sam und Raffi, obwohl ihr in der Allianz was ganz anderes abgesprochen habt. Also wirklich. Das ist so, dass die sich, also wirklich, es ist wirklich der Wahnsinn. es ist einfach ein Schauspiel, ein Theater, ein Zirkus der Schamlosigkeit. Unsere Stimme geht heute an jemanden, wo ich am Anfang niemals dran gedacht habe, heute diese Stimme zu verteilen. Also warte mal, wenn er jetzt Theresia die Stimme gibt, dann ist das ja absolut meine Lieblingsfolge von allen Trash-Sendungen, die ich jemals gesehen habe. Also wirklich. Gibt ihr die jetzt Theresia? Theresia? Natürlich geht meine Stimme und da kannst du mir vertrauen, niemals an euch. Aber vielleicht verschmieren jetzt ihre komischen Augenbrauen von den Tränen. Guck mal Stefan an. Ich finde Stefan sieht so böse aus. Aber ich freue mich, dass ich hier noch ein Kärtchen habe und ein wunderschönes Passfoto, nicht in meinem Arsch, aber dafür in meinem teuren Löwe-Tomschuh. Und damit... Das ist so richtig. Ich kann nicht mehr, Leute. Ich kann nicht mehr so... Das ist Louis Vuitton. Also scheiß mal drauf, dass wir gerade nominiert werden. Aber so... Das... Dieses Plastik-Ding, da ist Louis Vuitton. Nee, ich glaube nicht. Nee, Schatz. Das... Scheiß mal auf unsere Nominierung, auch, dass wir gleich rausfliegen. Aber das ist... Das ist Louis Vuitton. Jetzt kein Wunder mehr passiert, dass ihr 250 Meter weiter die Bushaltestelle findet und ganz schnell aus diesem Sommerhaus verschwindet. Mit seinem Zaubergewand, ne? Für mich waren diese letzten zwei Tage sehr, sehr emotional. Ja, weil sie mobben wollte, aber dabei nicht unterstützt wurde von ihren Freunden. Oh Gott, Schatz. Aber du siehst iconic aus. Wirklich. Also wenn man jetzt eines sagen muss, ist, dass du richtig heftig aussiehst. Habt ihr Glorias Blicke auch gerade gesehen? Sie war richtig so... Es hat mich vor allen Dingen sehr, sehr getroffen, dass freundschaftlich ein Verrat entstanden ist. Oh, wenn sie jetzt aber Sam wiederum nominiert, ne? Oh mein Gott, dann ist sie in einer richtig... Wieder in einer Beziehung, in der sie unterdrückt wird. Das sage ich euch aber. Weil dann hat sich Stefan durchgesetzt. Das wäre jetzt heftig. Und vor allem, dass ihr das nicht peinlich ist, dass sie jetzt wirklich vor den Leuten um die es geht, die attackiert werden sollten, Emma und Umut, diesen Verrat anbringt. Das zeigt einfach, wie schamlos sie ist. Weil, also falls ihr es wissen wollt, ich wollte Emma und Umut angreifen in der versammelten Gruppe und Sam hat mich in der Freundschaft verraten, weil er nicht mit auf den Zug gesprungen ist. Girl, mach mal auf. Ich fand dich cool. Ich dachte wirklich, du hast ein bisschen was dazugelernt, weil du früher irgendwie anders drauf warst. Aber das ist ja wirklich unangenehm. Ich vertraue dir nach wie vor. Es sind gewisse Strippen und Mechanismen, die versucht werden zu ziehen, die aber einfach und ich muss dir auch ganz ehrlich danken, Stefan, von dir durchschaut worden sind. Krass, ey. Und deswegen geht unsere Stimme am Ende des Tages an euch beide, Raul und Vanessa. Finde ich super. Solche Menschen wie Raul müssen entlarvt werden. Wirklich. Das sind wirklich die Schlimmsten. Das ist genau das, was aufgedeckt werden muss. Ich habe das direkt gerochen und ich bin gerade sehr, sehr stolz auf diese chaotische Gruppe, dass sie das so erkannt hat und dass die jetzt hoffentlich raus sind. Weil der war tatsächlich nichts mehr als ein Strippenzieher, der niemals sein wahres Ich gezeigt hat, sondern einfach nur Menschen manipuliert hat zu seinen Gunsten und seine Freundin ist da einfach blind oder blond hinterhergelaufen. Raul und Vanessa, ihr müsst das Sommerhaus verlassen. Also sorry, nur weil wir keine psychischen Schäden haben. Nee, Schatz. Die sind ziemlich groß. Sonst würdet ihr sowas nicht nötig haben. Wir echt sind. Echt sind. Und ihr seid auch nicht echt. Wir haben nichts von eurer Echtheit mitbekommen. Ihr habt mit niemandem gestritten oder irgendwas ausgetragen, woran man eure Authentizität hätte messen können. Ihr habt nur versucht, euch da irgendwie durchzumogeln. Kommt er mit seinem Hundefutter und auch dieser Song zwischen ihm und seiner komischen Bitch. Naja, die haben natürlich in die Wunde getroffen, weil er fühlt sich ja neben Sam wie ein Loser. Zurück. Das kommt er zurück. Das verspreche ich euch. Das ist wirklich krank. Also nächste Woche geht es genauso krank weiter. Leute, ich kann nicht mehr. Ich bin fertig. Sagt mir bitte, wie es euch jetzt geht auf einer Skala von 1 bis 5 in Form von Hasen-Emojis. Und falls ihr bis zum Ende geguckt habt, sagt mir, wie viel sind 26 plus 4. Ja, schreibt es gerne rein in die Kommentare und dann würde ich sagen, sind wir jetzt am Ende mit dieser Folge. Wow. Can't, ey. Ich kann nicht mehr. Echt. Ich kann auch nicht mehr. Tschüss. Bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Video.